So, Freunde, da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Jetzt probieren wir ihn hier. Und zu hauen ohne Ende. Oh, das war gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Oh. Oh, schnell mal weg hier. Okay, ich muss mal weg hier. Lass mich mal kurz weglaufen. Ja, ja. Oh, nein. Oh, nein. Schon wieder verreckt, das ist doch nicht wahr. Okay, der hat's auch echt faustig hinter den Ohren, der Kollege. Egal, weiter geht's. Auf in den Kampf. So, ich zieh einfach ab hier. Ich, äh, mir ist egal. Geh weg. Nein, lass mich in Ruhe. Ups. Hier ist auch noch eine. Geh weg. So, einmal ganz kurz erholen. Und weiter geht's. Wir machen hier halt ein bisschen schneller, ne, Leute? Äh, 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 äh. Geh weg. So, und gib ihm. Hallo? Oh, hast du toll gemacht. Echt super. Na? Brenn ihn ab, Brenn ihn ab. Oh. Komm, schnell. Oh. Kann doch einfach nicht wahr sein. Ich hab ihn so weit gehabt. Und dann, äh, kann ich's wieder nicht, also ich kann mich wieder nicht heilen. Es darf doch nicht wahr sein. Hm. Okay. Nächster Versuch. Das ist doch echt krass. Ist das lecko mir doch hier. Da komm ich hier runter. Ah, hier, einfacher. So. Und es hat mich auch nicht so viel Energie gekostet. Das ist gut. So, jetzt Attacke. Ja, 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 ja. Okay. Okay, we'll make it. Keep him. Ja. Hallo? nein das kann doch nicht wahr sein das darf echt nicht wahr sein alter wie soll man das schaffen von überall kommt was her das gibt's doch nicht der typ der ist echt eine nummer hart also in der nummer zu haben wohl warte warte kann ich hier schon runter im moment doch kann ich darüber okay jetzt muss ich dich doch besiegen bin ich vergiftet nein aber ich habe gut energie verloren jetzt das ist mist echt kacke das wird mir bei ihm da jetzt nicht unbedingt weiterhelfen ehrlich gesagt wenn wir schon fast die hälfte von energie fehlt okay das ist kacke ich muss immer schön dran sein damit ich mich auch treffe ja okay Moment! Ja, ja! Gleich, gleich, gleich! Ja! Haha! Dein Problem, nicht meins. Hä? Okay, ist ja ganz toll. So, wo kommen wir hier hin? Ah, hier ist ein Schrein. Okay. Lasst uns mal reinschauen. Okay, sehr schön. So, Rüstung. Immer noch nichts. Laden. Ach komm, wann habt ihr denn mal wieder was? Kann doch nicht wahr sein. So, untersuchen. Ja, kann zur Herstellung von Medizin. Wie soll man denn Medizin herstellen, hä? Wie soll denn das gehen? Okay, ähm, hier geht's definitiv weiter. Wir gehen aber erst nochmal in die andere Richtung. Schauen nochmal, was da so ist. Es ist ja relativ linear hier. Das heißt, eigentlich dürften wir hier vorne nicht wirklich weiterkommen. Na ja. Nichts passiert. Ich habe ein ominöses Gefühl. Nachdem die Böse rief, sieht es, als ob die Resentierung in den Däppen des Mautens hat gestohlt. Ah, vergiss es. Überdenklichkeit wird nicht helfen. Deine Presence hat bereits ein Mess in den Mauten gemacht. Warum nicht gehen und gehen sie raus? Once und for all. Jo. Wird ich tun. Okay, hier geht es nicht weiter. Definitiv nicht. Gut, ja dann. Da waren wir. Von da sind wir gekommen. Da habe ich einige Male die Schlangen erledigt. Jetzt geht es in diese Richtung weiter. Okay, da wollen wir nicht weiter gucken. Da waren wir dran. Da ist auch nichts mehr drin in dem Schrein. Oh Gott, da ist wieder so eine blöde Schlange. Oh. Oh! Oh! Diese Snake-Gwaes are nothing to fear. Snake-Gaul steeped in Drink, though, makes a fine tonic to flush Malady. Hear, hear young friend. Be my guest inside! Okay, Gallenillestein, Tränke und Mixturen. Warte mal, ich nehme erst mal das Ding mit. So. Ich mache erst mal ein paar Sachen kaputt. Ist das in Ordnung für dich? Oh, häng geblieben. Okay, erzähl mal. Okay. Okay, ja dann schauen wir doch mal. Hier, Braun, was haben wir denn hier? Fokusluswein. Jeder Schluck stellt 33% des maximalen Lebens wieder her. Aber ich habe doch eine andere. Bitte, Burdenaufwertung. Aber ich habe eine andere. Nicht genug Materialien. Okay, von mir aus. Ähm, Trankaufwertung. Nicht genug Materialien. Weinwurm erwecken. Okay. Ähm, Frauen. Ja. Was haben wir denn hier? So. Erhöht für kurze Zeit die Giftresistenz. Okay. 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 Hey, habe ich das jetzt gemacht oder nicht? Okay. Und laden. Weißt du was Neues? Was ist das denn? Himmlische Lotus-Samen. Mixtur. Die Verwendung der Gurte stellt kurzzeitig langsam, aber kleine Mengen Leben wieder her. Okay. Okay. Guck. Think of it as me earning a drink or so. Schriftpaläste, sich neun Stockwerke hoch erheben. Im Jahr der Teichsmaragwasser die Seele beleben. Bestrebt Kunlums Wohnstadt dem Himmel entgegen. Okay. Was habe ich denn hier? Was kann ich denn verkaufen? Och, gut jön. Das ist nicht wirklich viel. Ja, braun. Was soll ich denn braun? Ach so. Ablegen. Inmixtur. Okay. Ach so. Momentchen mal. Das Ding nehmen wir doch. Das ist hier mit drinne jetzt. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Was ist ein Irrer. Okay. Aber cool. Sehr cool. So, was haben wir hier drüben noch? Eine Kiste. Fünf winzige Goldstücke haben wir. Okay. Da kommt nichts raus. Auch nicht. So, gut meine Freunde. Denn soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Folge tanzen wir da mal weiter runter und guckt mal wie es ausschaut. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Kommentiert. Was ihr von diesem Spiel haltet. Habt das selber gespielt. Wie findet ihr es? Habt ihr ein paar Tipps für mich, wie ich mich am besten aufleveln kann? Und, und, und. Ja. Erzählt es mir. Und natürlich lasst ein Abo da. Damit ihr nichts weiter verpasst von dem, was noch kommt. So. Dann wünsche ich euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.